Bühler Motor ist ein deutsches Familienunternehmen, ein typischer Global Hidden Champion. Wir sind weltweit aktiv, haben insgesamt elf Standorte und das was Bühler Motor auszeichnet seit Jahren ist, dass wir uns immer wieder neu erfinden. Gemeinsam mit unseren Kunden, die teilweise schon seit über 60, 70 Jahren mit uns zusammenarbeiten, mit denen die nächste Nische finden, die nächste Innovation und diese dann erfolgreichen Serie bringen. Das macht uns aus. Unsere Produkte finden sich in der Automobilindustrie, in der Gebäudeautomatisierung oder auch in der Luftfahrt. Neben dem Management und der Geschäftsführung von uns haben wir einen externen Beirat und dieser ist mit mehrheitlich Nicht-Familienmitgliedern besetzt, um auch an der Stelle professionell die Family Governance umzusetzen.